Liebe Freunde der Empfangsindustrie, wir sind hier im Internet, wir sind hier unterwegs, wir sind hier im Rebel Comedy, wir sind auf Tour und ich bitte dich vorbeizukommen. Und wenn du denkst, den Typ da vorne, den kennst du, das ist doch der Buran aus dem Plan, genau, das ist der. Und ich sage dir was, die Leute kommen und sagen, hey, sag mal, bist du nicht der Buran? Ich so, ja, oder nicht. Sag mal, geht jetzt nicht total auf den Sack, die ganze Zeit für Arzt und Schröder den doof zu machen? Da denke ich, hm, ja. Es geht jetzt total auf den Sack, aber wissen Sie, jeden Abend, wenn ich diesen Sack dann zu weit bringe, Ich bin jetzt der Sack, das ist der Sack, das ist der Sack! Kommt mal, geht's mal! Bis zum nächsten Mal.